Oh, I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab all my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Für Ed Sheeran hat es sich ausgezwitschert. Er hat die Nase voll von Twitter und wird den Social Media Dienst in Zukunft nicht mehr nutzen. Der Grund sind die vielen negativen Kommentare von den Nutzern. Gerade der sympathische Rotshop wird im Internet immer wieder beschimpft. Mit Hasspostings möchte sich der Sänger aber nicht beschäftigen. Daher investiert er seine Zeit lieber in die Musik. Seine Fans stehen hinter ihm und auch die Pop-Ikone Lady Gaga steht ihm zur Seite. Auf Instagram bekundet die Sängerin ihre Solidarität mit dem Sänger. Sie postet ein gemeinsames Bild und schreibt dazu, Was für ein unglaublich talentierter Künstler. Er hat es verdient, mit Respekt behandelt zu werden.